Das magische Eis. Materie. Kostadis Sol. Etwas Erholung. Ich bedauere, aber ohne Reservierung kann ich Ihnen leider kein Zimmer geben. Beehren Sie uns bitte bald wieder. Tifa! Bruder! Oh nein. Tifa! Der schon wieder. Was? Johnny? Boah, ey. Lange nicht gesehen. Freu mich riesig. Gleichfalls. Sag mal, was machst du hier? Gammeln? Sehr gute Frage. Ich verwirkliche hier meinen Traum. Stellt euch mal vor, ich bin jetzt Hotelbesitzer. Naja, allerdings. Nur ein kleines Hotel. Prima. War nämlich gerade auf der Suche. Ist noch was frei? Na, für euch doch immer. Ich fänd's toll, wenn ihr kommt. Ihr werdet dann nämlich meine ersten Gäste. Also, ich weiß nicht. Komm schon, Barrett. Wozu sind wir denn Freunde? Ihr braucht euch echt nicht zurückhalten. Habe ich gerade selbst verletzt. Oh, von Barrett. Na dann. Na los, macht schon! Bleib dicht hinter mir, hört ihr? Will schließlich meine Gesch- Letzten Gäste nicht verlieren. Ich hab den Laden gerade erst gekauft. Ist noch nicht komplett eingerichtet, aber trotzdem schon ziemlich schnieke. Mann, wenn ich so daran zurückdenke. Der Anfang hier draußen war echt hart. Keine Arbeit, kein Geld, keine Freundin, kein gar nichts. Hab ne Weile im Müll gepennt, bis der Bürgermeister so nett war, sich meine anzunehmen. Hat mir nen super Preis für das Hotel gemacht, weil ich so abgebrannt war. Den halben Marktpreis. Stellt euch das mal vor! Und das Beste? Ich darf ihn sogar im Raten abstottern. Ich war echt zu Tränen gerührt. Was? Oh. Ich hab gedacht in Müll. War ja nicht schlecht. Ich präsentiere Johnnies Strandhotel! Naja, besser als nix, ne? Oh. Das hier? Oh. Ganz nett. Nicht wahr? Nicht wahr? Für ein Strandhotel macht sich der Strandhaber ziemlich rar, oder? Jetzt sei doch nicht so klein, Link. Riech mal. Oh, dieser Duft! Die salzige Brise! Oh. Gut. Kommt rein! Oh wei, oh wei, oh wei. Sieht jetzt nicht nach Hotel aus, aber naja, aller Anfang ist schwer, ne? Also gut, dann checken wir euch mal ein. Tiefer kriegt das Zimmer 101 und Aeris die Nummer 102. Ihr Jungs macht es euch zusammen in Zimmer 103 gemütlich, okay? Und der Preis? Für dich gibt's natürlich Rabatt, Tiefer. Also... Oh, Entschuldigung. Der Bürgermeister braucht mich anscheinend. Ihr seid heute die einzigen Gäste, also macht's euch einfach bequem. Ah! Wenn ihr zum Strand wollt, zieht euch bitte um. Und die Waffen lasst ihr besser auch im Zimmer. Oh man, da wird's mal richtig heiß am Strand und ich kann nicht hin! Erstmal duschen? Ja, gute Idee. Dann bis später. Und wann ist das genau? Na, wird sich schon ergeben. Später eben. Na, typisch Mädels. Na komm, auf, Rob. Ja, das könnte passen. So, Zimmer 103. Oh, schade. Und wo ist das Badezimmer? Na ja, besser als gar nichts. Besser als gar nichts. Du musst leider hierbleiben, okay? Oh mein Gott. So, die Frage ist nur, können wir uns umziehen? Die Dusche ist kaputt? Nicht wirklich, oder? Ah, das ist natürlich ärgerlich für die Damen. Das soll mein Bett sein? Das kracht ja schon beim Angucken zusammen. Tja, wer weiß, was für Jungs du heute Abend mit nach Hause nimmst. Tiefer. Okay, Willy-Sonder-Aktion und ab Strand, Jungs. Warte mal, kann ich mich auch umziehen? Ich meine, der Barrett hat es ja auch gemacht. Tiefer lässt erst mal das Bett krachen. Nee, gibt's sonst nix. Okay, schade. Ich will's ja nix sagen, aber ohne Schwert, es klaut so viel schneller. Hey, Duda, ich hätte da was viel Besseres für dich als diese olle Bruchbude hier. Hast du gesehen, wie es da drinnen aussieht? Diese Baracke ist doch nicht mal 100 Gil wert. Aber der Besitzer hat sich dafür sogar in Schulden gestürzt, dass sich heutzutage immer noch Leute so übers Ohr hauen lassen. Hast du gesehen, wie es da drinnen aussieht? Diese Baracke ist doch nicht, dass sich heutzutage immer noch Leute so übers Ohr hauen lassen. Hm. Ist aber interessant, dass man da nur hier drüber hinkommt. Wir haben gerade richtig gute Sachen hereinbekommen. Aloha! Bist du allein unterwegs, Süßer? Was für eine Verschwendung! Dabei sind Strände doch wie gemacht für Dates. Zum Glück sind wir aber da und können dir weiterhelfen. In Costa del Sol findet nämlich gerade ein super spannendes Kennenlern-Event statt. Oh my. Romantik, die du niemals vergessen wirst. Findet dein Herzblatt, und zwar bei Costa del Amor! War klar, dass das gut die Sahndamen sind, die Werbung machen. Klingt das nicht riesig aufregend? Nicht interessiert. Hab was mit dem da zu besprechen. Bis dann. Oh, oh! Sag bloß, dass er sein Freund von dir. Dann sag ihm mal, er soll hier verschwinden. Diese Typen in Schwarz sind nämlich voll gruselig. Die vergraulen hier seit kurzem die ganzen Leute am Strand. Und an die Kleiderordnung halten sie sich auch kein Stück. Schick die mal nach Unterjunon oder so. Passen sie besser hin. Ah, wo wir beim Thema sind. Äh, in dem Aufzug kommst du auch nicht an den Strand. Sind schließlich in Costa. Da fährst du besser mit etwas Gemütlichkeit. Hab genau das Richtige. Oh weih, ich kann doch nicht zocken. Dann genieß deine Zeit in Costa del Sol. Ich drück dir auch die Daumen für die Herzblatt-Suche. Hallo, Loha. Ich kann mir schon... Ich kann mir schon denken, wer die andere sieben hat. Wir haben gerade... Accessoires aus Costa. Herzlich willkommen. Für welche Accessoires kann ich Sie begeistern? Unsere Sachen passen auch vorzüglich zu Urlaubskleidungen. Hey, noch was hier in Costa del Tacos. Jetzt unbeziehbar. Warte mal, ich will mal was gucken. Piratenparty. Und Kartenturnier. Ja, das gibt uns aber nur magische Verteidigung. Aber mit deinem Ticket kannst du hier leider nicht teilnehmen. Fuck. Die besten Sachen in ganz Costa findet man in Breite. Accessoires? Ja. Hier ist Trink. Was wollen wir als nächstes machen? Ich will zu der Schießbude. Freundschaftskarten werden als Preise bei Costa del Amor vergeben. Einfach einen Partner schnappen und die Spiele gewinnen. Bis zum nächsten Mal. Was hast du denn, mein Guter? Gestärkte Attacke. Das ist vielleicht gar nicht schlecht. Das könnte für Cloud oder für Tiefer ganz gut sein. Ich muss erst mal gucken, wo ich bin. Ich will mal gucken, ob ich mit den Karten irgendwas machen kann. Freundschaftskarten gibt es als Prämie beim Costa del Amor Event. Wenn man mit einem Partner am Event teilnimmt, bekommt man die Karten als Geschenk. Nicht schlecht. Ich weiß. Bei der Auswahl gerät man ins Brügel. Bei uns kann man sich zum Glückskastorfotowettbewerb anmelden. Die ganze Stadt abgefahren. Wo stecken die nur? Ich hab keine Ahnung vom... Willkommen beim Karneval der Karten. Der Doppler ist so ein Zufall. Bist du etwa auch auf der Suche nach einem Partner? Ja, schon. Fuck. Dann such nicht weiter. Bei diesem Event gibt es spezielle Teamregeln. Diese sehen vor, dass man zusammen als Paar gewinnen muss. Also kann ich leider nicht alleine teilnehmen. Tja, und ich bin scheiße in dem Spiel. Eine Niederlage kommt für mich nicht in Frage. Das sollte ja wohl klar sein. Ebenso wenig werde ich meinen Partner hier durchschleppen. Ich erwarte, dass du zeigst, was in dir steckt. Wer möchte noch mitspielen? Wir suchen weiterhin Paare. Na dann. Machen wir es mal. Kann man sich auch Decks ausleihen? Ich hab keine Ahnung von Deckbuilding. Ich kann. Ich kann. Ah. Danke, dass du meine Zeit verschwendet hast. Och ne, kann ich mir den Scheiß jetzt... Konzentriert bleiben, Cloud. Noch ist nichts entschieden. Na siehst du, geht doch. Schau an. Nicht übel. Ja, so macht es ja Spaß. So kann man das ja machen. Wie die Karten zu legen sind, weiß ich. Aber wenn ich mit eigenen Decks kämpfen muss, habe ich ein Problem. Entscheide dich mal. Du spielst einen Mux zusammen. Oh je, das wird nix. Nächstes Mal strengst du dich gefälligst an. Och, meine Fresse. Welche wirst du nehmen? Das Problem ist, es gibt ja nur eine, ne? Der bringt mir nirgends was. Wenn die Zahlen auf den Feldern nicht hören, könnte ich sehen. Mal strengst du dich. Es bringt mir doch einfach nichts. Boah. Drei. Egal auf welche Felder ich was setzen kann, es wird mir nichts bringen. Ich verstehe das nicht. Ich kann doch nur eine Sache kann ich irgendwo ablegen. Das bedeutet, ich kann die Dach... Soll ich das nicht gewinnen? Nächstes Mal strengst du dich gefälligst an. Nein du, jetzt greif schon an. Das ist die einzige Karte, die ich irgendwo... Tja, mal sehen, ob das reicht. Ich verstehe es nicht. Danke, dass du meine Zeit verschwendet hast. Konzentriert bleiben, Cloud. Hm, geht so. Da oder da? Was soll ich denn machen, du Hure? Entscheide dich mal. Aha. Interessant. Ja, aber ich habe doch nichts. Ja, aber ich habe doch nichts. Loll. Welche wirst du nehmen? In dieser werden Morketrio Nummer 2 immer an deine Hand hinzugefügt. Noch ist nichts entschieden. Wenn die Karte ausgespielt wird, du siehst, ich stehe. So, was bedeutet... Das war nicht schlecht gespielt. Keine besonderen Fähigkeiten. Okay. Ich hätte das ganz anders gemacht. Voll die Zeitverschwendung. Na los, jetzt greif schon an. Tja, mal sehen, ob das reicht. So, erhöht sich die Stärke von verbündeten Karten auf den von diesem Effekt betroffenen Feldern um zwei. Genau. Na siehst du, geht doch. Schau an. Nicht übel. Sehr gut, weiter so. na siehst du geht doch weird ich gratuliere das war eine famose vorstellung beehren sie uns gerne wieder danke fürs spiel hat echt spaß gemacht können wir ja vielleicht noch einmal versuchen sollte das gerade ein angebot sein musste ich aber leider enttäuschen mir fehlt hier die herausforderung ich werde mich anderswo nach stärkeren gegnern umsehen gott sei dank es gibt nicht viele spieler die meine erwartungen übertreffen aber du hast es geschafft vielleicht sieht man sich irgendwo irgendwann ja mal wieder bis dann hat ihre partnerin sie etwa versetzt das ist schade aber zum glück haben wir auch partien für einzelkämpfer für sie im angebot willkommen beim karneval der karten vielleicht kann ich mich konzentrieren wie die alde nicht anfängt zu kopf kann ich mich doch kopf 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 Das war's für heute. Hey, das ist doch dumm. Hört sich die Stärke von verbündeten Karten auf dem Betreuung 2. Was bedeutet... 6 plus 7, das sind 5, 13. Ich will das jetzt lernen. Ich habe das Gefühl, das kann man schaffen. Musik 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 Das war's für heute. Das war schwach. Ich verstehe das nicht, weil die halt keine besonderen Fähigkeiten haben. Feldern um zwei. Um zwei, okay. Ich gewöhnliche Karte ohne besonderen Effekt. Okay. Unten kann ich nix machen. Das ist gar nicht so. Okay. 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 Und die Karte, die auf dem Spiel, erhöht sich die Stärke von verbündeten Karten auch von diesem Effekt betroffenen Feldern. Das bedeutet eins runter und eins nach rechts. Der Kaktus bringt mir gar nichts, weil ich den nicht einsetzen kann. Was bedeutet das Rote? Okay. 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 Ich verstehe das nicht. Warum ist das unten so asozial? Stärke von verbündeten Karten. Okay, ich denke, es tut mir leid. Ich muss es, ich nehme an die Karten. Ich nehme an die Karten. Ich nehme an die Karten, ich nehme an die Karten. So, unten, unten. Hi, Justin. Ich muss oben sechs hinkriegen. Hier ist es drin. Also, es geht jetzt um die Runde zu bemerzen. ich muss insgesamt mehr haben verstehe also bedeutet er hat eine angriffskraft von 6 13 14 15 effekt betroffene felder und 3 warte mal wenn der oben gewinnt theoretisch 6 plus 7 sind 13 in ich verstehe es nicht jedes bricht er hätte doch viel zu krass ich hasse sowas jetzt wo ich angefangen habe das spiel zu verstehen was ist jetzt ich nehme an das rote ist der effekt das Was sind denn das für Karten? Ich kann es ja mal im Internet gucken, wie man den Scheiß gewinnt. Aber ich sehe es nicht. Wie ein Springer sozusagen. Der wird dann meine Karte verstärken. Den muss ich mindestens in die Mitte legen, weil der geht ja nur nach unten. Ich muss die Effekte alle voll ausnutzen. Die Frage ist nur... Wie komme ich da runter? Ich habe ja nicht viele Karten, die ich legen kann. Das ist das beste Ergebnis, was ich erzielt. Und das reicht nicht. Ich verstehe es nicht. Es gibt auch wieder nur eine Möglichkeit. Ich habe ja nicht mehr Zeit. Okay. Was ist das? Oh, leck mich doch! Oh, leck mich doch! So, ich hoffe, dir geht's gut. Oh, wei. Übel. Ohne besondere Effekte. Minus eins. Ohne B continuous. Ich dachte. Wobei. was hier geht es gut danke der nachfab chillimili heißt die felder sind also auf ewig verflucht mal mache ich das aneidee Das war's für heute. Ja, aber oben schaffe ich das doch niemals. Unten die zwei schon. Warte mal, das sind nur vier. Ne, das muss ich anders da machen. Ich muss den so schnell wie möglich ausspielen. 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 Du kannst ja wahrscheinlich so viel in Dingsbums... Also die Dinger sind okay, aber ein eigenes Deck bilden... Weiß ich, ob ich dafür die Zeit habe. So. Ohne Eigenschaft. So. Wenn diese Karte zerstört wird, reduziert sich die Stärke von Verbündeten und Kicknerischen Karten. Von diesem Effekt betroffen. Und nun drei. Wenn diese Karte zerstört wird. So. Okay. Äh. So. Äh. So. Wenn sich diese Karte auf dem Spielfeld befindet, reduziert sich die Stärke von Verbündeten und Gegnerischen Karten. Um zwei. Dann würde ich sagen... Ich hab auch zwei. Warte mal, Leute. Überlegen. Warte mal, Leute. Der muss auf jeden Fall irgendwo hin. Möken. Und. Warte mal, hier. Da würde ich ja auch mal hin. Und dann. Hier. 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 Und. Dort. Okay, das bedeutet, wenn ich die beiden zerstöre, dann werden die um drei. Okay, das ist gut. Ich muss ja in der Mitte nur 14 kriegen. Der Gegner kann ja mit den 13 nichts an... Ah. Dieses Kartenturnier. So wie es jetzt ist. Hätte ich gerne schon vorher gehabt. Dann hätte ich nämlich auf diesem fucking Schiff was anfangen können damit. Okay. 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 Okay.